Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick. Unsere Augen zeigen, was wir fühlen. Unbewusst. Ein angenehmer Reiz erweitert die Pupille um bis zu 20%. Ist der Reiz unangenehm, verengen Sie sich. Der Grund dafür ist, dass der Pupillenmuskel über den Sympathikus indirekt mit dem limbischen System verbunden ist. Menschen mit erweiterten Pupillen gefallen uns. Immer. Wir können gar nicht anders. Weil große Augen unter anderem sexuelles Interesse signalisieren. Von Menschen mit kleinen Augen hingegen fürchten wir uns. Sie haben den berühmten bösen Blick. Sie, als angehende Kriminalisten, müssen wissen, dass große Augen, kleine Kisten, Salafisten, Stalinisten, Extremisten und so weiter und so weiter bla bla bla, Sie hören mir eh nicht mehr zu. Egal, was ich jetzt sage, weil Ihr limbisches System längst die Kontrolle übernommen hat. Spätestens bei großen Augen und sexuellem Interesse sind Sie ausgestiegen. Also, Herrschaften, ja, es funktioniert. Sie können überprüfen, ob Ihr Date Sie sexuell anziehend findet. Wenn seine oder Ihre Pupillen sich erweitern bei Ihrem Anblick, dann haben Sie gute Chancen. Wenn nicht, empfehle ich die Lektüre dieses Buchs. Eckart Hess, The Telltale Eye. Die Bildung macht übrigens sexy. Im Übrigen erwarte ich von Ihnen, dass Sie sich zum nächsten Mal darüber Gedanken machen. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Hallo. Der Portier hat mir gesagt, dass Sie gerade Vorlesungen haben. Sie sind doch Richard Frock. Ja. Ich brauche Ihre Hilfe. Als Psychiater. Ich praktiziere nicht mehr. Ich weiß. Mein Mann hat es mir erzählt. Johannes Rink. Sie haben seinen Vater mal behandelt vor vielen Jahren in der Klinik. Helmut Rink. Rink Papierfabriken, vielleicht erinnern Sie sich. Ja. Das ist lange her. Ja. Ich bin Clara Rink. Er, Johannes, schätzt Sie sehr für alles, was Sie für seinen Vater getan haben damals. fachlich und menschlich und ich, er hat mir erzählt, dass die Wertschätzung gegenseitig war. Worum geht es? Um ihn. Johannes hat sich in letzter Zeit verändert. Drastisch. Das sind Aufnahmen. Das war vor zwei Tagen. Ich würde Sie bitten, sich das anzuschauen. Und was wollen Sie von mir? Einschätzung. Vielleicht haben Sie eine Idee, was ihm fehlt. Ich liebe Johannes sehr. Und ich habe Angst, ihn zu verlieren. Für immer. Also, wenn Sie mir helfen wollen, was ich unendlich erleichtern fände. Hier. Ich bin eigentlich gar nicht so, so dreist. Aber ich habe leider keine Wahl. Ich weiß nicht mehr weiter. Rufen Sie mich an. Ich bin eigentlich gar nicht so, so dreist. 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 Ich bin eigentlich gar nicht so, so dreist.